Politische und finanzielle Organisationen. Jay sprach von der Bank of International Settlements, die Zentralbank der Zentralbanken. Ihr wollt eine Organisation, die voll ist mit dunklen Okkultisten? Da, bitte, in der Schweiz ansässig. Die Trilaterale Kommission, das Council on Foreign Relations, die Weltbank, der IWF, die UN, das FED-System und dazu der weltweite Kommunismus und Faschismus. Wenn ihr meint, diese Systeme sind so gut wie besiegt worden, dann habt ihr euren Verstand verloren. Die beiden haben sowas von Aufwind in diesem Land und ich sage euch, Neonazismus wächst gewaltig zur Zeit. Nicht nur hier, sondern besonders in Europa. Einige der Leute, die mit diesen Organisationen zu tun haben. Die Rothschilds, besonders Jakob und David. Die Busch-Familie. Der alte Rothschild. Die Rockefellers. Der ganze Club des Saturn. In den schwarzen Roben. Die Justizklasse. Hier ist ein Satanist, den ich persönlich bei einem Ritual gesehen habe. Der ehemalige Chef der FED, Alan Greenspan. All diese Leute sind in hohen Positionen in den dunklen Kulten involviert. Sie treffen politische Entscheidungen und wohin der Geldfluss geht. Sie besitzen das Geldsystem. Sie besitzen Politik, sie besitzen die Banken, die Gerichte, sie besitzen alles. Dieses ganze System ist ihre Erfindung. Wir haben dieses Versklavungssystem nicht selber erdacht. Dieser große Kult tat es. Zehntausende Jahre, bevor jemand von uns geboren war. Tens of thousands.